Hallo zusammen, ich begrüße euch hier bei uns auf dem wunderschönen Flugplatz in Binningen. Wir haben heute einen Schnuppertag. Wir wollen potenziellen neuen Piloten die Fliegerei hier bei uns in Binningen näher bringen. Im Hintergrund, das ist unsere Nora, das ist unser brandneues Fluggerät, eine C42B und sie wird genutzt zu Tunungszwecken. Ich lade euch jetzt ein zu einem Rundflug über den wunderschönen Häggau. Kommt mit! Musik 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 Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem Flug. Ich vernehere Infos unter www.sfgbiningen.de Musik 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 Untertitelung. BR 2018